Letztes Winter kamen die Organisatoren von LAGS Open auf uns zu und haben uns von einer Firma in Glarus erzählt, die aus dem Werbebanner die Tasche produzieren lassen würde. Als wir die Firma angeschaut haben und uns überzogen haben, wie cool und schnell, dass wir aus einem Abfallprodukt einen neuen Rucksack oder Nessessere machen können, haben wir uns entschlossen das einzukaufen und für dieses Jahr in unsere Läden nehmen. Wir verkaufen diese Taschen in Free Flims, in der Bergbahninfo in LAGS und im Burton Store in LAGS. Das Coole an diesen Produkten ist, dass jedes einzelne ein Unikat ist. Dass du wirklich bei jedem einzelnen Stückchen ein Stückchen Sportgeschichte von Grabs & John dabei hast, nachher bei dir zu Hause, am Rücken oder in deinem Reisekoffer.